Hallo Leute, herzlich willkommen auf! So, das ist die Gaming und heute spielen wir mal wieder den Kack Simulator. Mein Spaß, also, es ist halt ein Spiel, was ich jetzt nicht so unbedingt feiere, von der Steuerung von den Autos her, und das ist, wenn man die Autos fährt, dass das Spiel nur rumhängt. Könnte auch tatsächlich ein bisschen hier an den Einstellungen liegen, hier beispielsweise bei Grafik, aber hier ist alles schon, guckt euch das an, alles auf niedrig. Also, keine Ahnung. Also, ich hätte das hier auch noch höher machen können. Hätte ich es höher gemacht, wäre ganz schlimm. So, wir gehen hier erstmal hoch. Letzten Einsatz, ich glaube, das Video ist noch gar nicht heraus, weil die Videos vorproduziert sind. Also, das hier ist nicht vorproduziert, aber die Videos, die vom 21. bis zum 28. kommen, die sind alle vorproduziert, Leute. So, dann starten wir mal. Viel Fragen auch immer, glaube ich, warum du immer Sandbox spielst. Problem ist... Achtung, Rammschutz. Ich habe tatsächlich keinen Bock, immer... Irgendwas habe ich jetzt vergessen zu sagen. Keine Ahnung. ELW, ELW. Ich fahre mit dem ELW. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ach man, ich bin schon wieder der Falsche hier. Führungsassistenzer. Hallo. Steigen Sie ein. Anfahrt zum Einsatz. Warte, ich fahre einfach den hier. Oh. Ups, ich habe den Motor kurz ausgemacht. Hier, Leitstelle Mülheim. Kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Aktive Heimraummelde in Wohnung. Anrufer vor Ort. Sie werden eingewiesen. Kommen. Verstanden. Ende. So. So. Zack. So, wir warten mal kurz auf den anderen. Die hier kommen alle. Anscheinend. Ich habe gar keine Ahnung. Wohnungsbrand. Aber hier ist doch gar kein Brand. Also ich sehe hier keinen Brand. Egal. Jetzt kommt hier ELW. Der ELW ist hoch da. Warum fahren die eigentlich alle an der Seite? Macht man das? Also. Bei mir ist es immer so, die stellen sich einfach mitten auf der Straße. Da kommt DLK und den Namen habe ich vergessen. Perfekt. Die Drehleiter schlägt sich da vorne hin. Die Drehleiter schlägt sich da vorne hin. So, jetzt sitzen die alle ab. Ähm. Die machen sich alle schon bereit. Okay. So. Brandbekämpfung. Löschwasserabgang. Machen wir hier hin. So. Löschwassereingang. Löschangriff. Äh. Machen wir mal alles. Rauchvorgang. Ja, genau. Löschwassereingang. So. Ich hole das Sammelstück. Okay. Die holen jetzt alles. So, machen wir hier mal mit. Uh. Aufheben. Ah. Da brennt es. Jetzt habe ich es gesehen. Das ist hier wieder ein Fehler, ey. Leute, sorry, aber man kann das Spiel echt nicht spielen. Jetzt seht ihr, ist es schon wieder abgestürzt. Also, ey, dieses Spielen, das macht mich einfach nur fertig. So, Leute, ich würde jetzt sagen, dass wir hier noch irgendwie ein bisschen Emergency Hamburg spielen, weil ich absolut keinen Bock mehr auf Notruf 1 und 2 habe. Äh, da kommt definitiv auch kein Video mehr von. Weil es eh immer noch abschmiert. Also, das war jetzt, denke ich mal, das letzte Video davon, tatsächlich. Ich habe echt keinen Bock mehr auf das Spiel. Es hängt nur rum. Also, ist alles scheiße an dem Spiel. Deswegen, ne. Also, da habe ich echt keinen Bock drauf. So, dann lieber Emergency Hamburg, weil das macht wenigstens Bock. Wird den irgendwie abknallt. Achso, ich habe keine Waffe mehr. Wer weg. Ich schaue einfach ab. Leider konnte ich jetzt auch nicht, ähm, ups, da lacht. Leider konnte ich jetzt auch nicht, ähm, Dings werden. Also, hier, ähm, Feuerwehr. Also, das einfach länger dauern würde. Das war ein bisschen schnell. Hm, die Zeit kommt, muss ich abbauen. Nein. So, ich kann nämlich gleich da wieder hinfahren und das Geld wieder einsammeln, glaube ich. So, dann kommen wir hier mal kurz hoch. So. Gucken wir mal, ob das Geld noch da liegt. Ja, liegt tatsächlich noch da. So. Jetzt haben wir jetzt eben noch mal eins. Jetzt haben wir das ganze Geld. Jetzt sagen wir mal kurz hier zum Werkzeugladen. Da gibt es auch Kohle. So. Zack. War noch gelb. Ich habe das eine Auto sowas von weggeschallert gerade. So. Ey, dass die das aber auch nirgendwo öffnen. Ich bin jetzt der Einzige, der hier überall die Dinger öffnet. So, öffnen wir das hier nochmal alles. Zack. Hä? Eben sammeln? Da ist ja gar nichts. Egal. So. Ey, die denken jetzt, da ist noch jemand, aber ich bin der. Lass mal hinterherfahren, Leute. Boah, ich habe fünf Sterne, Alter. Ich liebe das, bei denen zu machen. Scheiße. Ganz schnell weg. Da muss ich mal ganz schnell weg hier. Okay. Ich habe ihn umgefahren. Okay. Okay, Leute. Wenn es euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn ich jetzt hier nur in einem Emotion serben, wo ich doch noch spielen musste, hoffentlich hat es euch trotzdem einen ersten Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch meine Disco-Solver vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Haut an, euer Sandow. Ciao, ciao.